Und wie war es jetzt? Super. Super? Ich bin aber froh, dass ich im Ziel bin. Ach nee. Nein. Echt? Wieso? Was war so schlimm zum Schluss? Maut das keinen Spaß? Ja, es war ein bisschen warm. Aber meine Begleiter waren super. Ja. Und Ultra ist was anderes als Marathon. Das sind einfach ein paar Kilometer mehr. Ein paar mehr, genau. Aber es hat sich gelohnt zu kommen. Ja? Ja, unbedingt. Danke.